Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Battlefront an der Front mit Fischkopp. Fischkopp! Guten Tag! Und Minya! Ja, wir machen immer noch Missionen überleben. Wir müssen weiterhin überleben. Hat bis jetzt ganz gut geklappt. Wobei ich sagen muss, ich habe ja diese Solo-Missionen-Aufgaben oder wie sie es nennt, gespielt. Das war wesentlich einfacher auf normal als das jetzt. Okay. Also ist ja nicht schwer jetzt gewesen, aber wir kamen doch als eine oder andere an. Das ist, ich kann dir das erklären. Ja, das Spiel wurde so programmiert, dass wenn ein Fischkopp mit reinkommt, dass es automatisch ein bisschen hochgezogen wird, weil es sonst viel zu leicht für den ist, weil er so gespielt ist. Ja, verstehe ich. Wir spielen jetzt Sallast Solo? Ich habe so Lust, das Spiel zu spielen. Du hast so Lust, jetzt Sallast zu spielen, dann lass uns das doch machen. Ja, dann drücken wir da mal drauf, wie ich sage Partnerkorb und warte auf Fischkopp. Und ich drücke auf Yo und ich drücke auf Annehmen und das Spiel wird gestartet. Und das ist genau das, was wir hier sehen von meinen Daumen und Herren. Dann, wenn das Spiel dann erst irgendwo gestartet ist, sage ich wahrscheinlich sowas wie, ach, das Steam-Map. Und dann bin ich traurig, eventuell, weil ich finde die Map, wenn es die ist, nicht ganz so interessant. Oh ja. Das Steam-Map. Ja, das Steam-Map. Ja, es ist tatsächlich die Map. RT-97 für mich die beste Waffe. Ah, man kann hier aber das, Moment, man kann das Loadout hier einstellen. Ja, ja. Wir kommen in der dritten Folge. Das hat mir niemals gesagt. Ich nehme wieder den Meisterschützen. Ich habe hier, letzte Folge habe ich herausgefunden, dass diese Waffe hier eine Dreischusswaffe ist. Welche war das? Es ist die EE3. Die ist ganz cool. Aber ich glaube, die DL-44 ist das, was die alle, wo der heiße Scheiß ist, meine ich. DL-44, die unten. Die findest du so geil? Nein, 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 nein. Ich überhaupt, ich habe es ja noch nicht freigeschaltet. Ich habe das nur gelesen bei GameStar. GameStar hat eine Empfehlung rausgegeben, mit welchen Waffen man spielen sollte. Okay. Und ich meine, dass da die RT-97 auch empfohlen worden ist. Was denn jetzt, die DL-44 oder die RT-77? Nein, am Anfang ab Level 3 die, um so zu spielen und später dann mehr. Ich nehme jetzt mal diese andere, von der du gesagt hast, dass es die ist. Oder es war die DL-T-19, kann natürlich auch sein. Und ich nehme, und ich nehme Soldat. Ah, weißt du, jetzt nochmal. DL-T-19 war das und ich nehme ja die RT-97, die würde mehr verziehen. 8, 4, 7 und 43. Ah, 0, 15. Ich bin jetzt schon durch. Ich kann jetzt nicht mehr nachgucken, was du meinst. Das ist mir egal. Oh, die wichtige Story. Okay, weg hier. Ach du Scheiße. Es sind ja vier. Also, das ist ja schon Slapstick-Einlage hier. Geil. Hoch, ich bin gegen diese riesen Kiste gerannt. Gesteuert man über so einen Nibibibibot. Ah, du bist das. Ich dachte schon, das Froschmann läuft noch. Die Grafik ist so lebensecht. Okay, wir haben hier einen Turbolaser. Oh, die kann man steuern. Du musst zu dem anderen. Da ist noch einer. Ich kann mal... Wow. Shit. Okay, ich mach das hier am Boden. Du machst das, ne? Ich mach's am Boden. Du machst das im... Wo ist denn der imperiale Suchtruide? Ich hab ihn, ich hab ihn. Hast du schon? Ich hab diese Kapsel, diese Schwebelkapsel, wenn das der Suchtruide ist. Ja, der imperiale Suchtruide. Soll ich auch mal in den Laser rein? Mal gucken. Ja, kannst du aber reingehen, aber so richtig passiert... Da kann man nicht hinzielen. Das geht leider nicht. Mit rechts kannst du ranzoomen. Aber du kannst halt nicht so weit runtergehen. Und nun? Jetzt müssen wir da runterlaufen, oder was? Ich hab wohl einen Witz. Wo müssen wir hin? Och, nö. Wo müssen wir hin? Du könntest oben bleiben und ich geh runter. Aber was müssen wir machen? Ich seh auch keinen Punkt, was man... Der ist ein Gegner, einfach. Oh! One-Shot. Ist das nicht auch der, den Han Solo? Äh, gehabt hat, diese Knarre? Ja, ne? Ja. Einfach nicken und lächeln, bitte. Aha. Aha, aha, aha. Wo denn? Ich seh keine Gegner. Muss ich runterkommen? Dahinten seh ich jemanden, ganz hinten. Ich hab hier eben auch irgendwo einen gesehen, aber... Ganz hinten, auf da... Wo schießt ihr denn hin? Das bin ich nicht. Nein, das ist Gegner. Ich guck mal an, wo das... Ich hab ihn. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Was ist das? Das war eine feindliche Welle. Was ist denn überhaupt passiert? Ich hab nicht einen Gegner, aber es ist jetzt... Okay, ich hab einen Diamanten gefunden. Ganz hinten ist noch ein Diamant. Also auf der Gegend... Ganz hinten praktisch, am Ende der Map. Ganz hinten? Siehst du den... Ich schieß mal hin. Siehst du das? Oh, oh ja. Oh ja, ich seh ihn. Ich hol ihn. Aber dann müsste ich den Lava springen. Das macht man ja auch nicht so gerne, ne? Wo denn? Ich hab doch eh mal einen gesehen. Hier unten sind welche. Ah, hier unten. Also von hier. Bei mir auch. Wir sind oben auch weg. Man muss immer einzeln drücken, wenn man schießen will. Okay, sehr interessant. Das ist ja die Welle? Wollte mich verarschen? Ah! Ich hab den Diamanten nicht gekriegt. Versorgungskapsel abgelaufen. Ich muss wahrscheinlich von hier. Oh, Versorgungskapsel. Wo denn? Oh ja. Oh ja, der ganze Handy. Gut, ich komm jetzt noch mal zu dir runter. Also musst du nicht. Kannst du aber. Weil vielleicht wollen wir ja mit den komischen Turbo-Lasern da oben. Irgendwelche großen Sachen kaputt schießen, weißt du? Oh, oh, ein TIE Fighter. Siehst du, jetzt müssen wir doch rein. Na gut, dann geh ich wieder hoch. Okay. Weil ich glaub, den können wir irgendwie anders überhaupt besiegen. Weiß ich nicht. Natürlich. Mit einem Messer. Mit einem Messer. Mit einem Messer. Oh, hey du. Das Gebiet und die Rettungskapsel. Was denn? Wo denn? Da. Die haben die echt immer noch. Ich bin jetzt dringend. Wo ist der TIE Fighter? Okay, der TIE Fighter ist da oben. Siehst du ihn? Ja, aber die Maus ist so langsam. Ja, die Maus ist viel zu langsam dafür. Was machen wir denn hier? Dann mach ich mir eine Hand. Ich messer den. Das mach ich mir eine Hand. Ich guck den Scheiße an, Alter. Der kommt doch zurück. Ich glaub, den kann man gar nicht kaputt machen, oder? Hä? Ach, warte mal. Ich hab ne Idee. Doch, die kann man kaputt machen. Warte, wo ist er? Da? Komm! Komm! Oh, ich hab ihn extra anvisiert mit der Rakete. Okay, jetzt wenn er zurückkommt, mach ich ihn. Ich bin im Geschütze. Und wenn er jetzt zurückkommt, ist er weg. Ich finde das sehr gut. Hast du das gesehen? Nee. Ich hab ihn abgeschossen. Echt? Beeindruckend. Ja, mit dem Geschütz. Ach, come on. Glaubst du mir nicht? Nein. Wo ist er denn? Du hast wohl von was anderem abgeschossen, ne? Nein. Ich hab ihn im Geschütz abgeschossen. Du hast ihn gemessert. Das ist wie ne... Du hast dein Klappmesser geworfen. Ja, das kennst du doch von... Von Klappmesser Joe Jerry. Ja, ja. Kennst du... Ich kenn... Ich kenn... Ich hab... Ich hab freigeschalt. Bei CSGO. Als alter CSGO-Spieler. Kennst du ja? Mein Gott, ich bin nur voll mit CSGO. Da bist du auch sehr gut drin. Du bist global... global krass. Global... global... expensive... expensive krass. Wo sind denn hier alle schon wieder? Was ist das für ein Modi? Was ist das für ein... Modus? Nein, es gibt das Wort Modi. Es ist aber der Singular, du Nacken. Der Plural. Meine Fresse. Deine Mutter ist plural. Es gibt das Wort. Ja, gute Argumentationskette von dir. Ähm. Du sagst ja auch nicht, Dinosaurer jetzt in einem Auto. Und dann sagt jemand, nee, das ist aber ein Auto. Dann sagst du, ja, aber das Wort Dinosaurer gibt's auch. Wenn ich das will, sag ich das so. Unglaublich. Die Jugend von heute kaputt machen. Es ist unglaublich. Aber wenn du das möchtest... Meine Mutter ist ja nun klar, jetzt schieß. Ich schieß die ganze Zeit schon. Du merkst das bloß nicht. Oh, klar. Oh. Ich hab dir auf die Schulter geschossen. Macht das was? Das macht nix. Da war ein Fussel. Ah. Ja, die Waffe ist sehr stark. Das muss man sagen. Aber die willens. Aber geht das doch irgendwann mal los, das Spiel? Wir sind bei vier von 15 und acht Minuten. Na gut, wir haben viel gelabert vorher, aber... Äh, wir sind bei acht Minuten. Hast du vier gerade gesagt? Ach, das Spiel. Ja, ja. 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 Scharfschützen bestätigt. Wie es ausdrückt, okay. Wie es ausdrückt so. Scharf. Scharfschützen sind bestätigt. Und wie treffe ich nicht. Ich auch nicht. Jetzt hab ich gucken. Ah, ich hab mal verpasst. Jetzt bleib doch mal stehen, du Kack-Gromoter. Jetzt. So, hab ihn. Da ist doch irgendwas los. Ist das ein Scharfschütze, der bestätigt ist? Die sind so weit weg, ne? Ja. Okay, die da hinten hauen wir. Ich hab die Treppe immer ein bisschen auf eine Party hier. Scharfschütze ist weg. Der Scharfschütze ist weg. Sein Tod ist bestätigt. Versorgungskapsel abgesetzt. Wo ist die, wo ist die Kack-Kapsel? Da. Rettungskapsel geordnet. Rück zu ihr vor und sichert sie. Ich sichere sie nicht. Du musst sie sichern. Ich mach das. Ich werfe hier gleich erstmal mal eine Granate dahin, wo Leute sind, weil die brauche ich nicht. Ich hab noch so ein Ziel-Ding hier. So ein Ziel-Ding. Da hab ich jetzt was. Wo kommt der? Wo kommt der? Es ist du hin? Was denn? Den AT-ST? Nee. Jäger. Oh Mist, wir müssen da hoch. Du musst da hoch. Ich muss da hoch. Du bist da hoch, Profi. Oder? Jetzt mal unter uns. Jetzt mal unter uns. Hast du den wirklich mit dem Turbolaser gekriegt? Ja. Wie denn? Der ist vorbeigeflogen. Ich hab mal abgeschossen. Der ist doch so schnell. Der ist mir genau entgegen geflogen. Da fliegt der immer so ein Sturzangriff. Und dann hab ich dir gesagt, warte. Holy shit. Oh, jetzt zum Beispiel. So, jetzt bin ich im Schütz. Jetzt warte ich wieder. Da ist der AT-ST. Ich weiß. Ich schieße auf ihn. Oh yes, Mama. Okay. Okay, da kommt er. Ich hab nicht auf die Kapsel geachtet, aber wir haben sie eingenommen. Ich hab nicht getroffen. Eingenommen hab ich. Ja, okay. Ja, ist okay. Annäherungsbombe. Braucht kein Mensch. Weg damit. Oh Mist. Also, Multiplayer ist die sehr gut. Oh, ich hab noch einen Diamanten gefunden. Ich hab ihn wieder abgeschossen. Hast du gesehen? Äh, ja. Von dem war das mit einem Schuss. War viel cooler. Die Zuschauer haben voll gejauchzt, als ich ihn abgeschossen hab. Ich glaub dir immer noch nicht, ne? Aber okay. Ey, ich kann's in meiner Aufnahme sehen. Guck in meiner Aufnahme rein. Da wirst du sehen, dass ich ultimative Fähigkeiten bewiesen habe. Äh, als lange... Ja, bitte. Digga, ich muss... Ich muss, glaub ich, mein Leben opfern für einen Diamanten. Aber... Ist eigentlich dämlich, oder? Oh, ich werd geschossen. Wo sind denn alle? Wuhu! Komm bald hier. Oh. Warte, warte, warte. Ich geh gar nicht dazu. Das ist der andere Maß. Hier sind ganz viele. Hihihihi. Oh, das ist mir ein Stundbruch entgegen. Ey, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Boah, ich bin manchmal so gut im Ziel, ne? Zack. Manche haben mich ein bisschen vorläufig. Nicht zwangsläufig abgelehnt. Die Verteidigungslinie ist bestätigt. Okay. Gucken wir mal hier extra. Wo kommen die jetzt her? Das muss ich nur wissen, weil dann kann ich hier mein Turnpin aufstellen. Ah, da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, da kommt jemand. Oh, kommt vor allem, ne? Ich schieße mal von oben, da habe ich eine bessere Übersicht. Wieso schießt meine komische Kanone nicht doch jetzt? Wuhu! Der Rohde! Das ist der Rohde! Ich habe ihn. Los, fliege, damit ich abschießen kann. Zack. Das ist gut. Hinter mir. Stirb, danke. Das war der letzte. Warst du das? Ja. Okay. Von da oben ganz? Ja. Hä? Was ist denn? Oh, tut mir leid. Ich dachte, wer ist ein Gegner. Hast du mich gerade angeschossen? Ja. Wolltest du die Kapsel? Wo ist sie denn? Wo ist sie? Ach da. Schieß da hin, dann siehst du sie. Oh, das ist aber ein ganz schönes Stück weit weg. Ich komme. Ich kann auch hingehen. Nee, ich gehe hin. Gut. Lass mir die Kapsel. Ich bin gar nicht so böse, wie ich klingel. Die Landung der Kapsel ist bestätigt. Ich habe sie jetzt übernommen. Und werde sie jetzt einfach mal so ein bisschen halten. Und du musst da oben Urlaub, okay? Da ist wieder ein Teilfighter, oder? Oder? Ich habe irgendwas gehört. Ja, ich glaube, das ist ein Fighter. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen jetzt hier. Da, komm da! Ich muss das hier oben aufräumen. Du musst Sachen machen. Ich hole mir den ATS-T. So. Wer schießt? Oh, du in zwei. Zwei ATS-T's? Kannst du sie treffen? Oder sind da zwei Fighter? Wovon redest du? Oh, da hat mich weggemacht. Jetzt habe ich leider Leben verloren, weil ich in diesem Geschütz explodiert bin. Oh, oh. Enter, um mein Leben zu investieren. Start. Digga, du bist gestorben. Oh, ja, ja. Oh, die Kapsel wurde fast übernommen. Ich brauche jetzt eine Hilfe. Ganz dringend. Wo ist der Sleiber? Warte, ich muss den ATS-T. Ich stehe direkt vor so einem Vieh. Ach, du bist da unten. Ich schieße mit drauf. Ich habe dir geholfen. Sehr gut. Und jetzt haben die das Ding hier übernommen. Ich muss die... Ich übernehme zurück. Aua! Irgendwo ist ein Sniper. Jo. Da, ich habe ihn. Also gefunden zumindest. Oh nein! Der TIE Fighter! Ich gehe um meine Geschütze. Jetzt ist hier Action, Alter. Jetzt ist hier Action, du. Ich gehe in die Geschütze. Ja, okay. Ich bleibe jetzt bei der Kapsel. Ich muss hoch. Ich bin noch bei der Kapsel. Ich weiß nicht, was übrigens... Was dieses... Was dieses Munition oder... Oder was was... Bündeln hier. Schüsse bündeln oder so. Kennst du das? Äh... Strahlen kreuzen? Diese Fähigkeit da unten rechts. Die... Die... Irgendwie bringt die Lichter das Gefühl. Oh! Großer. Da kommt er. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Die Rettungskapfel ist unter unserer Kontrolle. Die Rettungskapfel ist unter unserer Kontrolle. Oh, sehr gut. Bleiben Sie wachsam. Der Feind bereitet noch einen Angriff vor. Noch einen Angriff vor. 9 von 15. Das wird eine lange... Das wird eine lange Folge. Ja, ja, aber ist egal. Aber ist okay. Ist okay. Ich hole das Herz. Ich finde die Map übrigens ist doch nicht die, wie ich dachte. Die ist gut. Das ist schon die, die ich dachte, aber die ist erweitert. Das ist ganz gut. Wir empfangen feindliche Signale. Du meinst im Multiplay, dieses kurzes Stück, wo man nur mal im unteren Bereich kämpft. Nee, nur im oberen Bereich. Nur in der Halle und in den Gängen dazwischen. In der Halle, nee, dann habe ich es verwechselt. Helden gegen Helden und so. Was Spaß macht. Wenn du den Helden tötest, dann wirst du zum Helden. Das ist ganz geil. Und es gewinnt der, der als Held am meisten Leute getötet hat. Das ist richtig geil eigentlich. Ich habe hier mal kurz zwei Sniper weggemacht. Die kamen direkt hinter mir raus. Sehr gut. Ich habe hier 23 andere Leute weggemacht, weil ich ziemlich krass bin. Okay. Wir haben uns nur noch eingeschützt, oder ist das andere wieder im Leben? Das andere wieder im Leben ist, haben wir wieder aufgebaut. Naja, ich bin nämlich ja gestorben eben. Geil. Ihre nächste Welle. Weißt du, unsere persönliche Welle wurde geliefert. Weißt du, was ich... Oh, jetzt auf einmal kommen sie aus ihren Löchern. Ach, jetzt stirbt doch mal, Leute. Die haben Flieger dabei. Oh, fuck. Was war das denn? Ey. Boah, sie sind stabil. Sie sind stabil. Was sind das für Dinger? Die fliegen und sind super hart. Super hart? Ja, die sind sehr... Oha. Ah, die Schwatten. Die Schwatten sind wieder da. Ah. Granade. Nate. Granade. Vorsicht, da kommt einer zu hier hoch. Den konnte ich lieber... Den konnte ich lieber abschießen. Ich habe das gelöst. Das... Aber ich war eben fast tot. Irgendwas hat mich sehr, sehr kaputt gemacht. Eine weitere Kapsel. Hier sind auch noch Bodie, wenn du möchtest. Nee, ich bin voll. Woo. Oh, shit. Ich übernehme die Kapsel. Schalalalalala. Okay, den nehme ich. Drunnen sehe ich ihn. Ich sehe ihn auch. Oh, shit. Oh, shit. Wer schießt? Oh, der hier. Okay. Ah, fast tot. Lade dich wieder auf, kleiner Rebell. Mist, 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 Mist. 29, was hat denn eben... Ah, das sind wieder die Jäger. Ist der AGS, die kaputt? Ach so. Ja, den habe ich... Nee, habe ich nicht. Woo. Das war meine Raketenstation wahrscheinlich. Die ihm den Rest gegeben hat. Okay, jetzt. Wir nehmen die Rettungskapsel in Besitz. Zack. Rettungskapsel ist wieder unser. Dann demnächst irgendwann. Ich brauche noch ein Special. Ah, ich bin so schlecht. Ja, na ja. Ich blinke schon. Ich muss hier raus, bevor ich wieder explodiere. Das lohnt sich nicht. Ja, ich gehe raus. Oh. Nein, das lohnt sich. Ich könnte ihn auch versuchen mit der Rakete. Aua, aua, aua. Nee. Ich kann ihn auch versuchen mit der Rakete zu machen, ne? Ich gehe... Ja, probiere halt. Ich gehe jetzt aber in den anderen Turbolaser. Ich hoffe, das ist langzeitlich. Gleichzeitlich muss lang, das muss lang, das muss lang. Der dreht rum. So rum, 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 rum. Okay. Ja, ich habe auch drauf geschossen, aber... Oh, eine unverhältliche Leistung. Aber da kommen noch mehr Feinde. Finde ich gut. Noch mehr Feinde. Mir macht dem Spaß. Da kommen noch mehr Feinde. Wo denn? Wo sind die? Wo sind die denn? Ich komme. Da bin ich. Da ist noch ein Diamant. Ach, das ist immer der gleiche. Okay, ich habe noch so eine kleine Station. Was ist das denn? Alter. Ach so. Ich habe mir einen Orbitalstack geholt. Ich wollte doch nicht diesen Schutz da haben. Der ist so... Nee, das will keiner. Ich gehe wieder hoch, ja? Klär, du das mal hier unten. Oh. Hoch, 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 hoch. Komm, 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 komm. Oh, ja, dein scheiß Schild, ne? Und jetzt kann ich hier nicht weg... Oh, Gott. Oh, oh. Höre Position. Oh, oh. Das sagt immer zum Überleben, die Höchstproduktion zu suchen. Und Herz geholt. Sehr gut. Von wo? Irgendwo hier ist so ein Kastner Roboter. Da, zack. ATSC. Wo denn? Nee, doch nicht. Nee, ist da nicht. Ich würde gerne einen haben, aber ich habe nochmal so eine Raketenstation gekriegt. Ist doch ein Gegner, fehlt. Da. Passt du? Ja. Sehr gut. Okay, vorletzte Welle. Mhm. Das ist die perfekte Welle. Es ist die... Und nun? Unser Scanner zeigen eine weitere Welle an. Okay. Oh, habe ich den Tower echt scheiße gestellt hier? Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ist bei dir da deine Party, oder was? Ja, hier oben ist Party. Ich habe nur gerade meine Hände überhitzt. Jetzt geht's wieder. Haha. So, wer hat noch nicht... Ich muss nur aufpassen, weil hier oben ist echt... Ja, das ist ein Party, ne? Ja, und das tut auch nicht gerade gut. Soll ich hochkommen? Nö. Sag ruhig, ne? Ich habe Zeit. So. Ein Gegner noch irgendwo. So, hab ich... Finale! Oh! Oh, das ist ein Geschütz kaputt. Wir haben eine Versorgungskapsel für Sie abgesetzt. Oh, noch eine Versorgungskapsel. Ich glaube, ich bleibe mal hier oben, weil ich ahne, dass vielleicht noch ein TIE-Fighter kommt. Ja. Ich denke auch, dass es gut ist. Ich höre Schritte. Was? Der Anruf kommt aus dem Haus. Kann das sein? Okay, lass uns ein Spiel spielen. Okay, lass uns das Battlefront spielen. Feind erfasse ich wo, wo, wo. Wo denn? Ach da. Oh, ach so. Okay. Also, erstmal Rakete. Boah, das war knapp. Oh! Okay, Firefighter mach ich. Machst du. Okay, sehr gut, weil ich mache hier die Leute, die hierher kommen. Und würde mich auch so ein bisschen um die ADS-T kümmern. Rakete! Guck mal, der ist fast kaputt. Oh, warum ist der nicht kaputt? Guck mal, jetzt schießt du meinen Törbich noch auf den. Zack. Die Rettungskapsel ist unter unserer Kontrolle. Ja, nice. Ein Gegner noch. Wo ist der, wo ist der? Ist das der AT? Ist das der, ist das wirklich der, ist das der? Der was? Ach, da ist noch eine Kapsel. Aber wir haben nur noch einen Gegner. What? Der Preis dafür war hoch. Wir nehmen jetzt Kurs auf Solust. Solust habe ich. Wir nehmen jetzt Kurs auf Solust. Wir waren doch auf Solust, dachte ich. Ach so, weil wir das da klar gemacht haben. Weißt du, jetzt können die nachkommen. Oh, geil. Ich würde da gerne mitfliegen. Ja, Han, ich. Ja, sehr schön. Das war nice. Das war sehr schön. Mal ganz kurz nochmal auf die Kopfschüsse gucken. Wie konntest du denn mehr Kopfschüsse machen als ich? Ich bin ja ein Brotspieler. Das kann ich jetzt nicht verraten. Das ist für ein Leibniz. Scheiße, okay. Da habe ich ein Leben verwendet. Das hat, ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Und in der nächsten Folge, was eventuell die letzte Missionsfolge ist, spielen wir dann nochmal auf, habe ich vergessen. Auf jeden Fall woanders. Die anderen, man. Ich finde es gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.